Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Commerzpartei Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Unglaubliche Dinge! Ausziehen! Ausziehen! Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Wer Bunker wird erschossen! Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! So, wir werden jetzt noch irgendwie nochmal eine kurze Runde Freibier verteilen, ne? Zur Hebung der Stimmung. Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Gerade für die Leistungswilligen dieses Landes ist die APPD ja die einzige Hoffnung überhaupt auf ein Leben voller Arbeit und Ordnung. Auf beides wollen sie ja nicht verzichten. Und wir können es ihnen verschaffen. Und auch auf der anderen Seite. Die Faulenzer, die Nichtstuer, die Parasiten, die verlangen ja förmlich nach der APPD, weil es die einzige Möglichkeit auf ein Leben ohne Arbeit ist. Und wir sind ja auch bereit, diesen Rufen, diesen verzweifelten Rufen der Menschen zu folgen. Und dank Rückverdummung und Balkanisierung die katastrophale Lage dieses Landes in eine leuchtende Zukunft zu führen. Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Ich selbst werde dabei stets mit gutem Beispiel vorangehen und als Kanzler dieses Landes keine Gelegenheit auslassen zu meiner eigenen hemmungslosen Bereicherung und auch keine einzige Sexaffäre auslassen. Und dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Ich möchte hier diesen Reigen beginnen. Auf meiner Rechten mit dem Außenminister, dem Meister des Chaos, Mike S. Freudl. Und auf meiner Linken, der dümmste Minister, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, Roy Bambino Horack. Schaufen, Schaufen, geht das nur Schaufen! Ja, ich bin der Außenminister, weil ich unbedingt mal eine andere Kulisse für meine Rotweinexzesse suche. Und das ist ja wohl klar, wir können auch von den anderen Völkern viel lernen und auch wir selbst können das Leuchtfeuer der Puba-Anarchie auf die ganze Welt übertragen. Also, da mache ich doch gerne mit, und zwar im Harald-Junke-Stil, wenn Sie wissen, was Sie meinen. Wir sind natürlich voll dafür, dass wir mit den anderen Ländern Kontakt aufnehmen. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann schreie ich einfach, das bedeutet Krieg! Da kann sich der Verteidigungsminister Christo damit dann auseinandersetzen. Natürlich finde ich im Ausland auch sehr gut den Kontakt mit dem anderen schlecht. Als Außenminister lernt man ja x Gattinnen. Schaufen, 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 geht das nur Schaufen! Geliebte Stümpfi, ich, Räuber Bino Horack, wurde berufen als Außenminister für Ernährung und Landwirtschaft im Schattenkabinett der APPD. Hier will ich kurz mein Programm vorstellen. Wir werden die Landwirtschaft devolutionieren. Gigantische Felder werden dieses Land überziehen. Es werden Massen an Maschinen und Robotern für die Feldarbeit eingesetzt. Dagegen ist die amerikanische Landwirtschaft nur ein kleiner Schrebergarten. An erster Stelle werden wir natürlich die Grundbedürfnisse der Menschen nach Hopfen und Malz befriedigen. Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen, Saufen, 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 geht das nur Schaufen! Also, als nächstes fordern wir, dass Franz Josef Strauß zur Schweinswurst verarbeitet wird. Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen, Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Deshalb APPD, die Partei des Vöbeln und der Sozialschmarrerstaat. Saufen, geht das nur Schaufen, Saufen, geht das nur Schaufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Guck mal, mir geht das schon wieder alle! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen, Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Es ist anerkanntermaßen bewiesen, dass die physische Gesundheit nur durch ein psychisches Gleichgewicht hervorgerufen werden kann. Und ein psychisches Gleichgewicht kann nur durch den Konsum von Unmengen an Drogen aller Art bewerkstelligt werden. Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Aus diesem Grunde kann nur die allgemeine Freigabe aller bekannten Drogen und weitläufige Forschungsarbeiten zur Entdeckung neuer, glückselig machender Drogen dafür sorgen, dass eine Volksgesundheit entsteht. Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Weiß regiert die ABPD! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Vorwärts mit der ABPD! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, 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 geht das nur Schaufen! In Hamburg fehlt so eine Partei oder so eine Meinung schon lange. Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Die stehen dazu, dass sie keine Lösung haben, die stehen dazu, dass sie blöd sind. Das finde ich ehrlich, das finde ich gut. Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Jugendliche brauchen Rente! Keine Arbeitsplätze! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! So Kollegen, Klartext hier! Ab sofort Atompilzbier! Wir brauchen jetzt jeden Krieger für die Anti-alkoholfreie Liga! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Zerstört das anonyme Abzidenzernetz! Neues Promillenschutzgesetz! Schluss mit Verlust wegen kaputten Karaffen! Pfandflaschenversicherung, ihr Affen! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Ohne Bier ist Scheiße hier! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Ich will euch mal was sagen! Das Land braucht keine Europhie! Das Land braucht ne Hochprozentreform! Jaaaa! Ja ist das so, oder nicht? Jaaaa! Genau! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Weil bevor ihr noch mehr Hopfen und Malz verloren geht, weil die ganzen Pistenbieren ihre Unfähigkeit, müssen wir uns jetzt mal unterhalten hier! Über Abschaffung von Alkoholsteuer! Wollt ihr das? Nein! Doch! Jaaa! Jaaaaaaaa! Jaaaaaaaaaa! Ja, dann fehlt nicht noch ein Penner! Jaaa! Dann gib mir doch für alle Freibier! Jaaaaaaaa! Saufen, Saufen, geht das nur Schaufen! Saufen, 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 geht das nur Schaufen! Und nun, wo es uns gelungen ist, durch unermüdliches Sammeln von Unterschriften zum Beispiel und Stände, Konzerte und Kundgebungen, die Wahlteilnahme der ABPD sicherzustellen. Nun geht es darum, den Menschen dieses Landes zu verdeutlichen, dass die ABPD die einzige, ja wirklich die einzige Partei, die Konzepte hat, die dieses Land braucht und auch verdient hat. Das war lauter gesuchsen, wahnsinniger Irre. Freiheit, Frieden, Abendfeuer. Oh, arbeiten ist scheiße, was? Sonne scheint, Füße brennen, arbeiten brauch ich ohne. Oh, was machst du? Saufen. Dieser große, große Traum von der Balkanisierung Deutschlands muss jedoch keine Utopie bleiben. Das hat der Bundeswahlausschuss in seiner Entscheidung vom 17. Juli ausdrücklich bestätigt und deshalb die ABPD zur Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl zugelassen. Um den Menschen dieses Landes diese historische Wahl in ihrer ganzen Konsequenz bildhaft vor Augen zu führen, hat der geniale Kanzlerkandidat der ABPD in seiner grinsenlosen Weisheit ein Schattenkabinett aus asozialsten Persönlichkeiten, gescheiterten Existenzen und anderen rückverdummten Menschen zusammengestellt, dass diese Wahl entscheiden wird. Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Anderschlesische Pogu-Vartei, wir gammeln nur rum, wir kriegen irgendwo sein Frohle her. Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Wir sind das Volk Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Der Bürger fasst sich an den Kopf, er begreift die Welt nicht mehr. Da ziehen einige hundert Chaoten aller Schattierungen durch Hannover, durch Bremen und durch andere Städte. Sie praktizieren Chaos-Tage. Die Polizei wird wie so oft vorgeführt. Will es die politische Führung so? Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh Gelebtes Stimmvieh interessiert mich überhaupt gar nicht.